Herzlich Willkommen zur österlichen Orgelmusik aus Sankt Jakobi, Göttingen. Heute auch mit Orgelmusik auf der historischen italienischen Orgel von 1844 aus der Bergstadt Vincenzo, La Gona. Doch zunächst Christus Erstanden aus dem Orgelbüchlein von Johann Sebastian Bach. Frohe Oster und bleiben Sie behütet! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020